Ich grüße dich, mein lieber Softwareentwickler, Dienstleister, IT-Freelancer. Hier mal wieder Thomas Klein aus München. In diesem Video geht es um Google Ads. Und natürlich nur auf einer Meta-Ebene, denn speziell für Google Ads habe ich meine Experten im Haus, insbesondere die Stefanie. Dort kannst du dir dann auch gerne über den Link, den du hier unten findest, auf meiner Webseite ein 30- bis 45-minütiges Erstgespräch buchen. Wenn du dort mal ein bisschen Beratung, ein bisschen tiefer reingehen möchtest, gerne. Und insbesondere, wenn du aus der IT-Branche kommst, denn darauf sind wir ja spezialisiert. Und da ist es häufig so, dass ich auch Anfragen bekomme von noch kleineren Unternehmern. Sagen wir mal, die haben ein, zwei, sie haben sich meistens zusammengetan. Meistens sind es Partner oder meistens ein Inhaber oder ein Seniorentwickler oder ein Inhaber, ein Seniorentwickler und dann nochmal drei, vier, fünf Werkstudenten. Und dann sagen sie, okay, wir sind ein Team von sieben Leuten. Okay, kann man auch so sehen. Also unterschiedlich ist die Variationen. Aber letztendlich viele, kommen auf mich zurück, buchen sich bei mir einen Termin, die so auf einer Umsatzhöhe sind von um die 100.000 Euro bis 300.000 Euro, manchmal auch sogar schon 500.000. Und haben sich dann als Ziel gesetzt, schauen sich mal die Videos an auf YouTube, haben sich dann als Ziel gesetzt, okay, ich möchte gerne auf eine Million, zwei, drei Millionen skalieren. Das sind so mehr oder weniger die meisten, die bei mir über YouTube kommen. Und ja, und hier möchte ich einfach mal ein kurzes Video machen. Warum Google Ads Video? Weil, wie gesagt, ich kratze das Thema hier nur auf der Meta-Ebene an. Also ich habe mit Google Ads zu tun gehabt seit 2003, 2004. Das ist schon eine Weile her. Ja, ja, dann habe ich so 2010, 2011 herum, das war mein letzter Job bei Amazon, ja, als SEA-SEO-Consultant und also Traffic-Consultant nannte man das damals. Also einfach Besucherströme. Und dann hat sich sehr viel getan, ja. Aber ich kann bis heute noch wirklich dir eines sagen, ein paar Dinge haben sich nicht verändert, was Google betrifft. Und das Wichtige zu verstehen ist, dass Google ist nicht dein bester Freund. Und viele verstehen es einfach falsch. Also viele dieser Anfragen, die ich hatte von diesen kleineren Softwareunternehmen, IT-Unternehmen, die haben dann häufig sich irgendwie auch eine von diesen vielen Agenturen da draußen halt irgendwie ausgesucht, die ja in der letzten Zeit über diese, aufgrund dieser ganzen Coaching-Programme, wie, ja, was weiß ich, wie die heißen alle, ja, ich möchte jetzt keinen Namen nicht nennen, ja, einfach aus dem Boden geschossen sind, also diese Agentur-Coaching-Programme, ja, da gibt es ja so bestimmte Firmen wie zum Beispiel Agentur-Consulting oder irgendwie sowas, ja. Und dann sitzen plötzlich da diese Tausende von Agenturen, die möchten einen Haufen Geld verdienen und bieten dann ihre Dienstleistungen an und nehmen dann wirklich alles, was sie kriegen können. Und ich verstehe das auch, wenn du jetzt gerade erst gegründeter Agentur-Inhaber bist, ja, vor einem Jahr oder so, nimmst du erst mal jeden Kunden, den du kriegen kannst, bis du mal eine gewisse Flughöhe hast und dann fängst du an, dich zu spezialisieren. Aber das ist nur schlecht für diejenigen, die dann sozusagen hier Kunde werden, weil dann die letztendlich irgendwie Google-Ads schalten für egal was, ja. Und das ist ja sehr, sehr schwierig, dann letztendlich hier wirklich das Quäntchen Performance rauszuziehen, weil jede Branche mal sehr spezifisch ist. Das ist immer was ganz anderes, als wenn du jetzt irgendwie Shopping-Ads schaltest, ja, für Shopping-Shops oder sowas oder für Dienstleister und dann innerhalb von Dienstleistungen nochmal was anderes, wenn du jetzt Gartenbaugestalter bist oder halt Softwareentwickler. Warum? Weil es da einige Feinheiten gibt, auf die du wirklich achten musst. Hier aber nochmal zurück, die Schleife, jetzt, dass ich nochmal die Schleife drehe, zurück zu den Grundprinzipien von Google. Google ist nicht dein bester Freund. Das bedeutet, Google ist letztendlich, hat eigentlich nur zwei Ziele. Geld verdienen und Geld verdienen. Ja, okay, drei Ziele. Das dritte Ziel ist dann User Experience. Aber die User Experience soll ja auch nur möglichst gut sein, um den Kunden möglichst auch wiederum möglichst viel Geld rauszuziehen. Also letztendlich jede Social Media Plattform, jede Suchmaschine hat eigentlich nur ein Ziel. Geld verdienen, Geld verdienen, Geld verdienen. Maximum, Geld verdienen, Maximum, Geld verdienen. Und wenn du jetzt dort, sagen wir mal, jetzt Werbetreibender dich anmeldest oder deine Agentur, die du beauftragt hast, dann hat Google auch genau das im Sinn und nichts anderes. Google wird dir Tipps geben, automatisierte Tipps innerhalb der Plattform oder sogar über den Consultant, der dich dann anruft, alle drei Monate mal. Wenn du jetzt einen Google Account hast, kann schon passieren, wenn du so mal mehr wie 10.000 Euro im Monat ausgibst, dass dich alle sechs, acht Wochen so ein Google Typ anruft, der null Ahnung hat. Das ist einfach nur ein Sales Manager. Der nennt sich dann Customer Account Manager oder irgendwas anderes, aber letztendlich will der nur möglichst, dass du möglichst viel Budget ausgibst. Und der sagt ja dann schon mal so etwas wie, ja, hier mal das Budget hochdrehen und da mal das Budget hochdrehen und so weiter. Klar, kannst du mit mehr Budget mehr Daten sammeln, mit mehr Daten mehr Erkenntnisse und mit mehr Erkenntnissen mehr Performance. Das ist natürlich möglich, wenn du die entsprechenden Experten auch an der Hand hast. Also hier nochmal den Aufruf, bitte, Call to Action, von meiner Seite, hol dir bei uns einen Termin. Der erste Termin ist vielleicht noch kurz per Telefon, aber dann der zweite ist auf jeden Fall eine Strategiesession. Und der ist dann auch mit Stefanie, unserer Expertin, oder einer anderen Expertin im Bereich Google Ads, ganz spezifisch. Das ist ganz wichtig. Hier nochmal, um das Video einfach mal zu closen, nicht zu lange zu machen. Google ist super frech, super frech darin zum Beispiel, wenn du nicht wirklich spezifisch Keywords einbuchst, wirklich sehr spezifisch, dass Google einfach das so interpretiert. Also desto mehr Interpretationsspielraum du Google lässt, desto mehr wird Google diesen ausnutzen, um deine Kampagnen auch für all möglichen BS, Bullshit auszuspielen. Also Anfragen, die nicht ganz so spezifisch sind. Was letztendlich nicht, das muss ich hier auch dazu sagen, nicht nur immer unbedingt ein Nachteil sein muss, wenn du quasi möglichst viel Sichtbarkeit erzeugen willst. Es kann natürlich auch bestimmte Branding-Kampagnen und so weiter geben. Aber wir reden hier spezifisch von Firmen, also Leute, die mich auch angefragt haben, mich häufig über YouTube eben anschauen, die nur wenig Budget haben. Das spricht, wenn du nur 100.000, 200.000, 300.000 Euro im Jahr verdienst, dann möchtest du vielleicht maximal 3.000, 5.000 Euro in Google Ads ausgeben im Monat. Maximal. Die wenigsten haben 10.000 Euro einfach so zur Verfügung oder sind gewillt, das auszugeben in Google Ads. Also es geht natürlich immer um den Use Case. Also wenn ich jetzt schon eine bestehende Kampagne habe, die Geld verdient, das ist aber ein weiter Weg manchmal dahin, dann kann ich natürlich mehr ausgeben, ist klar, weil ich dann refinanziere und so weiter. Ich halte es einfach nur vom Spielgeld, das heißt also, das ist ein sogenanntes Spielgeld, das heißt Geld, das ich in Google, wo ich quasi Kampagnen erstelle, dass ich einfüttern muss, sozusagen die Google Engine, die Google Maschine füttern muss, dass ich überhaupt erstmal Erkenntnisse gewinne, die dahin führen, dass ich Kampagnen schalten kann, die dann einen positiven Return on Invest haben. Und diese Phase, das nennt sich so das Spielgeldphase, das ist sozusagen dieses Money to Play. Und da sind die meisten auf dieser Umsatzhöhe, wie ich gerade genannt habe, nicht bereit, mehr wie 3.000, 4.000, 5.000 Euro auszugeben. Dann sagen sie sich, oh, habe ich schon viel Geld ausgegeben und so weiter. Google ist es wurscht, wie groß du bist, wie viel Geld du hast oder was auch immer. Google ist alles wurscht, bin nur Maximum. Das heißt, ihr bleibt, und jetzt einfach mal einen kurzen Cut machen in dem Video, ich könnte noch viel über Google Ads sprechen, hier noch 5 Stunden. Ihr bleibt letztendlich als jemand, der nur wenig Budget für Google Ads insgesamt erstmal ausgeben möchte. Wir reden hier von 500 Euro, 800 Euro, 1.000, 3.000, alles, was weniger als 5.000 Euro ist im Monat, ist wenig Geld für Google. Wirklich wenig Geld, wirklich wenig. Und ich habe schon Accounts gemanagt, Mensch, da hatten wir 10.000 Euro zur Verfügung pro Monat und nach zwei Wochen war das Geld weg. Weil einfach die Nachfrage viel, viel höher war, als wir eigentlich gedacht hätten. Also das heißt, wir haben ja gesehen, okay, da kommt was zurück. Dann haben wir einfach das Budget hochgetan, ist ja auch klar. Und dann war einfach das früher weg, als wir dachten. Ganz schnell passieren. Das heißt, du musst auch mal einen Puffer einbauen dort. Führt jetzt aber alles zu weit. Also du bist nur noch mal eine Kategorie weiter unten. Das bedeutet, du willst maximal 3.000, 5.000 Euro ausgeben. Manche nur 800.000 Euro im Monat. Das ist wirklich gar nichts für Google. Und deswegen bist du, und jetzt mache ich jetzt den Schlussstrich, einen letzten Satz noch, deswegen bist du in Google Ads und buch dir hier unbedingt ein Expertengespräch mit uns. Nicht mit mir, sondern mit einem Experten bei uns. Du bist letztendlich dazu verdammt, dass du zwei Dinge tust. Exact match. Das heißt, du gibst Google so präzise wie nur irgendwie möglich. Ein spezielles Keyword, maximal zwei oder maximal drei. Also keine Long-Term-Keywords, sondern nur wirklich Keywords, die exact match sind. Das heißt also, nur das. Und selbst dann interpretiert Google da noch was rein. Also mal angenommen, du gibst Google das Keyword Softwareentwicklung kaufen. Und jemand würde eingeben und du sagst, nur das soll ausgespielt werden. Softwareentwicklung kaufen. Nur das. Und jemand gibt ein, Softwareentwicklung bestellen oder Softwareentwicklung buchen. Dann würde das trotzdem ausgespielt werden. Google nimmt sich das einfach raus. Nur mal so kurz das Beispiel. Okay. Das ist mal wichtig. Und das Zweite ist wichtig, dass du eine Landingpage hast, je Anzeigegruppe. Also für eine ganz bestimmte Sache, die du erzeugen willst, generieren willst, ein ganz bestimmtes Download für ein White Paper, eine ganz bestimmte Anmeldung für eine Strategiesession. Also du hast einen einzigen, one single call to action. Und du baust für jedes Einzelne eine gesonderte Landingpage und eine gesonderte Anzeigekampagne mit Keywords und allem Drum und Dran. Das ist zwar insgesamt mehr Arbeit, aber du musst es machen, um die Relevanz so hoch wie nur irgendwie möglich zu halten, damit das deine Keyword, deine Klickpreise runterzieht. Und du halt überhaupt irgendwas machen kannst, einfach überhaupt mal 100 Klicks oder was sammeln kannst mit so wenig Budget wie 800 oder 1000 Euro im Monat. Okay. Nur so ein paar Dinge, mal so auf den Weg gegeben. Ich hoffe, ich konnte dir irgendwelchen Anreiz geben, ein paar Tipps, Impulse, dir bei uns eine Strategiesession zu buchen. Ich freue mich auf dich. Bis dahin. Ansonsten happy hunting in der Kalterküse. Das funktioniert immer noch am besten. Bis dahin. Tschüss. Das war's. Das war's. Vielen Dank.